Manchmal sucht man nach einer neuen Idee, damit man bei Crusader Kings 3 wieder etwas Neues erleben kann. Und um euch bei dieser Entscheidungsfindung zu helfen, möchte ich euch heute 5 interessante Herrscher in Crusader Kings 3 vorstellen. Gerade durch das neue DLC, was vor kurzem erschienen ist, sind die Wikinger um einiges interessanter geworden, denn einige sehr coole Spielmechaniken wurden hinzugefügt. Und ich möchte euch heute Harald Schönhaar vorstellen, der eventuell etwas für euch sein könnte. Denn zusätzlich zu den interessanten Mechaniken, die Wikinger an sich bieten, ist Harald Schönhaar ein legendärer Wikinger, der dafür bekannt ist, dass er um die Zeit 870 rum Norwegen vereint haben soll. Das hat er mit Krieg und Schlachten an verschiedenen Stellen geschafft und durch kluges Paktieren mit anderen Fürsten, die am Ende ihn dann zum König von Norwegen gewählt haben. Wenn ihr denkt, das ist genau etwas für euch, dann würde ich euch empfehlen, einfach mal mit König oder beziehungsweise Häuptling Harald Schönhaar von Westfold zu spielen. Ihr wollt mal was anderes versuchen und eine richtige Herausforderung haben, dann empfehle ich euch den Grafen von Dembia und zwar Ras David. Es ist der einzige jüdische Graf, den man zum Spielstart von 867 spielen kann. Und die erschwerte Bedingung ist, dass der eigene Herrscher ein König ist, der eine andere Religion hat. Es gibt zwar auch die Schazaren, die einen Kaganat haben, welches ebenfalls jüdisch eingestellt sind, aber von den Grafschaften ist das die einzigste, die man spielen kann. Und es gibt ein paar coole Sachen, die man damit erreichen kann. Zum einen dadurch, dass Dembia in Afrika liegt, kann man versuchen, Afrika zu einen, aber es gibt auch die Möglichkeit, das Königreich Israel wieder herzustellen, was durchaus interessant sein kann. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schwere Challenge und jeder, der sich denkt, okay, das habe ich noch nicht ausprobiert, da will ich jetzt mal dies genau versuchen, dem empfehle ich hier mit Ras David zu spielen. Die Bretagne hat eine sehr isolierte Situation in der Geopolitik, denn sie grenzen direkt an die Westfranken. Und König Salomon hat es aber geschafft, in der Geschichte sich von den Westfranken schön abschirmen zu lassen, sodass sogar der westfränkische König gezwungen war, ihn anzuerkennen. Die Bretagne ist ein Land, welches, wie gesagt, in einer bedrohlichen Lage liegt, zum einen wegen den Westfranken, aber auch den zwei kleinen Grafschaften, Leon und hier auch noch das Heistingen, denn die haben sehr viele Einheiten und die könnten ja auf einmal auf die Idee kommen, da rein zu marschieren. Auf jeden Fall sind die Bretanier schon immer sehr stolz gewesen auf ihre eigene Art und Weise und dass sie sich da doch etwas von den französischen oder hier in dem Fall westfränkischen Personen abgrenzen. Und deswegen, warum nicht mal versuchen, Bretagne so lange wie möglich unabhängig zu halten, vielleicht auch ein bisschen zu expandieren. Es gibt da einige Möglichkeiten. Und wenn das was für euch ist, dann empfehle ich euch König Salomon von den Britannien. Nun zieht es uns auf die britische Insel nach Wessex. Und zwar der gute Alfred. Und zwar wird er später auch bekannt sein als Alfred der Große. Er ist nämlich dafür verantwortlich, dass die Wikinger eben England beziehungsweise die britischen Insel nicht lange halten konnten. Er hat sie von der britischen Insel vertrieben und war auch maßgeblich dafür zu verantworten, dass er die englischen Fürstentümer und kleineren Häuser zusammengebracht hat. Und deswegen ist er auch eine sehr legendäre Figur, gerade was die englische Geschichte angeht. Und deswegen heißt er auch später Alfred der Große. Und wenn ihr denkt, das ist etwas für euch, dann versucht mal Alfred von Wessex. Es verschlägt uns nun ganz nach Osten von Europa. Und zwar nach Holmgard. Und da haben wir den bekannten Jarl Rurik. Und der ist dafür bekannt, dass er eben der Gründer der Dynastie der Rurikiden ist. Die ebenfalls eine sehr legendäre Figur innehaben. Und zwar später den guten Oleg, der hier den Erben von Rurik, nämlich Helgi, unterstützen wird. Auf seinem Weg die Kiva Russ zu etablieren und damit das erste russische Land, wenn man es so möchte, aufgebaut hat. Sie sind sehr bekannt dafür, dass sie eine Söldnertruppe waren, die aus dem Norden gekommen sind und sich dann eben hier niedergelassen haben. Und eine hervorragende Ausgangslage dafür sind, dass man versucht, hier ein großes Russland aufzubauen. Und deswegen durchaus ein interessanter Kandidat für eine neue Spielrunde ist. Und falls euch das interessieren tut, dann würde ich euch empfehlen, hier mit Rurik zu starten. Das soll es erstmal gewesen sein mit fünf interessanten Charaktere für einen neuen Spielstart in Crusader Kings 3. Könnt gerne mal in die Kommentare reinschreiben. Habt ihr schon mal mit einem dieser Charaktere gespielt? Und wenn ja, wie ist es gelaufen? Und ihr könnt gerne selber noch interessante Charaktere reinschreiben. Auch gerne für den anderen Start von 1066, wenn ich mich nicht täusche. Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen. Und wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann könnt ihr den Kanal sogar kostenlos abonnieren. Ich bedanke mich dafür, dass ihr zugeschaut habt. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Das war es von eurem Kumpas, der Kartoffelritter. Das war es von eurem Kumpas, der Kartoffelritter.